Links ist der Graph zu sehen. Die Knoten sind mit Großbuchstaben bezeichnet. Der Startknoten S ist grün. An jeder Kante ist die Länge abgetragen. Wir brauchen eine Hilfsdatenstruktur, und zwar eine Bounded Priority Queue, zum Beispiel ein Heap. Am Anfang sind alle Knoten außer S in der Queue. Der Key für einen Knoten X ist die kürzeste Länge eines Pfades, der von S zu X geht und außer X nur grüne Knoten enthält. Die Knoten, die von S aus jeweils über eine einzelne Kante erreichbar sind, haben am Anfang des Algorithmus also die Länge dieser Kante als Key. Alle anderen Knoten sind zu Beginn des Algorithmus nur über rote Zwischenknoten von S aus erreichbar und haben daher Key unendlich. Der Knoten A hat minimalen Key und ist in der Queue grün markiert. A ist der erste Knoten, den wir jetzt erledigen werden. Erledigen heißt, erstens, wir nehmen Knoten A aus der Queue. Das ist zeichnerisch dadurch dargestellt, dass A im Graphen auch grün wird und die erste Zeile der Queue ab jetzt leer ist. Zweitens, zum Knoten C gibt es jetzt einen Pfad von S, der außer C nur grüne Knoten enthält, nämlich der Pfad SAC. Dieser Pfad hat Länge 12 und das ist ab jetzt der Key von C in der Queue. Um den Key von C so zu setzen, haben wir uns natürlich nicht den ganzen Pfad angeschaut, denn der neue Key von C ist einfach der Key von A plus die Länge der Kante von A nach C. Jetzt hat C den minimalen Key in der Queue. Also fliegt C in der nächsten Iteration aus der Queue und ist damit erledigt und grün. Jetzt gibt es zu den Knoten E, F, G und H Pfade, die außer dem Endknoten nur grüne Knoten enthalten, nämlich S, A und C. Die Keys dieser vier Knoten werden entsprechend mit der Kreis-Key reduziert. Wieder sind die neuen Keys leicht zu berechnen. Key von C plus Länge der Kante von C zum jeweiligen Knoten. Jetzt ist E der Knoten mit minimalen Key in der Queue. Beachten Sie, dass der Key von F momentan 15 ist. Jetzt ist 14 der Key von F. Was ist passiert? Nun, es gab zwar schon einen Pfad der Länge 15 von S nach F, der außer F nur grüne Knoten enthält, aber dadurch, dass E jetzt grün geworden ist, gibt es noch einen solchen Pfad von S nach F und der hat Länge 14. Das ist ab jetzt der kürzeste Pfad von S nach F mit ausschließlich grünen Zwischenknoten. Die Formel zur Berechnung eines neuen Keys ist immer, immer dieselbe und sie ist auch recht einfach. Wie wir schon festgestellt haben, brauchen wir uns nicht die Pfade in voller Länge anzuschauen, sondern es genügt, den jüngster erledigten Knoten, in diesem Fall E, alle aus diesem Knoten herauszeigenden Kanten und die Zielknoten dieser Kanten wie eben F zu betrachten. Das ist der alte Key von F, die bisher kürzeste Länge eines Pfades von S nach F über ausschließlich grüne Knoten, also 15. Die Länge des neu entstandenen Pfades von S nach F über ausschließlich grüne Knoten, also 14. Dieses Minimum kann man so lesen. Wenn der neue Pfad kürzer als der bisher kürzeste Pfad ausschließlich über grüne Knoten ist, dann ist der neue Pfad von jetzt an der kürzeste, ausschließlich über grüne Knoten, sonst ist der alte, kürzeste Pfad auch der neue. Diese Lesart lässt sich unmittelbar in Java übersetzen. Dies ist tatsächlich der gesamte Rumpf der Schleife und die Minimumsbildung ist hervorgehoben. Wir werden uns den Code später im Detail noch einmal genauer ansehen. Noch einmal die Situation, bei der wir eben gestoppt haben. Jetzt gibt es zwei Knoten mit minimalem Key, 14. Wir haben die freie Wahl und entscheiden uns rein willkürlich für Knoten F. Und danach ist dann eben Knoten H dran. Der Key von G ist von 18 auf 15 reduziert und G ist jetzt als nächstes dran. In jeder Iteration passiert immer dasselbe. Dies ist nun der geeignete Zeitpunkt, um die Invariante zu thematisieren. Wir haben die Invariante schon oft erwähnt, aber bislang nicht explizit und systematisch. S wird schon im Pre-Processing erledigt. Danach wird in jeder Iteration jeweils ein Knoten erledigt. Das ist erst einmal nur eine Behauptung. Wäre schön, wenn das gilt. Denn dann hätten nach Knotenzahl minus 1 Iteration alle Knoten korrekte Distanz. Diese Behauptung muss aber erst noch bewiesen werden. Dies werden wir für den Beweis brauchen, muss aber auch selbst noch bewiesen werden. Dieser Teil der Invariante ist offensichtlich. Und so geht es weiter im Algorithmus, immer nach demselben Schema. Und weiter, immer ein Knoten wird erledigt. Und weiter, so langsam werden es weniger unerledigte Knoten. Und immer weniger, noch ein Knoten. Und nach 16 Iterationen sind alle 17 Knoten erledigt. Dieses Bild ist aus dem einführenden Beispiel entnommen. Allerdings hat grün jetzt eine ganz andere Bedeutung. Die grünen Knoten und Kanten sind vor der 15. Iteration der kürzeste Fahrt von S nach O, der ausschließlich über erledigte Zwischenknoten geht. In der 15. Iteration wird N erledigt. Und dadurch ergibt sich ein neuer, noch kürzerer Fahrt, der völlig anders verläuft. Wir betrachten Netzwerke, also Gebilde wie hier aus Knoten und Kanten von einem Knoten zu einem anderen Knoten. Solche Netzwerke sind in unzähligen Anwendungen der Informatik die Grundlage. Zum Beispiel in Straßennetzen sind die einzelnen Knoten die Kreuzungen und Einbindungen, beziehungsweise Enden von Sackgassen sind auch Knoten. Ein Straßenabschnitt zwischen zwei Knoten ist im Normalfall als zwei entgegengesetzte Kanten modelliert. Nur bei Einbahnstraßen fehlt eine der beiden Kanten. Bei ungerichteten Kanten gibt es natürlich auch keine entgegengesetzten Kanten. Zwei Knoten sind immer durch maximal eine ungerichtete Kante miteinander verbunden. In der Mathematik und Informatik wird ein solches Netzwerk ein Graph genannt. Ein Graph besteht aus einer Knotenmenge und einer Kantenmenge. Die Knotenmenge wird meist mit V abgekürzt für Vertex, Plural Vertices, also Englisch Knoten. Die Kantenmenge wird entweder mit E für Edges abgekürzt, also Englisch Kanten, oder mit A für Arcs, Englisch Bögen. Wir folgen hier der gängigen Konvention, dass eine Menge von gerichteten Kanten mit A für Arcs und eine Menge von ungerichteten Kanten mit E für Edges abgekürzt wird. Jede Kante soll ab jetzt eine reelle Zahl als Attribut haben. Im Zusammenhang mit kürzesten Fahrtproblemen soll diese Zahl die Entfernung vom Start zum Zielknoten der Kante sein. In einem Navi etwa wird diese Entfernung in zeitgemessen 1,5 Minuten oder in geografischer Weglänge 1,5 Meter. Wir nehmen uns zwei Knoten heraus, S und O. Ein Pfad oder Weg von S nach O ist ein Gebilde wie dieses. So ein Pfad kann verstanden werden als eine Abfolge von Knoten oder auch als eine Abfolge von Kanten. Wenn jede Kante eine Länge hat, dann hat auch jeder Pfad eine Länge, nämlich die Summe der Längen der einzelnen Kanten auf dem Pfad. Die Länge dieses Pfades ist also 88. Und dieser Pfad hat Länge 52. Dies ist der kürzeste Pfad von S nach O. Das heißt, jeder andere Pfad von S nach O ist gleich lang wie dieser oder länger. Kein Pfad ist kürzer. Die Distanz von S nach O ist 52. In diesem Beispiel gibt es nur einen kürzesten Pfad. Natürlich kann es zwei oder mehr Pfade kürzester Länge geben. Die Lösung des algorithmischen Problems, einen kürzesten Pfad zu berechnen, ist nicht immer eindeutig. Auch bei einem ungerichteten Graphen macht es Sinn, kürzester Pfade zu berechnen. Wir betrachten einfach jede Straße mit zwei Richtungen als zwei Straßen mit jeweils einer Richtung, ersetzen also jede ungerichtete Kante durch zwei Gerichtete mit gleicher Länge. Daher betrachten wir bei kürzester Wege Problem ohne Beschränkung der Allgemeinheit nur noch gerichteter Graphen. Kantenlängen können natürlich auch negativ sein. In diesem Fall können auch ganze Zügel negativ sein. Dann gibt es keinen kürzesten Pfad vom Start zum Ziel, denn man kann ja einmal, zweimal, dreimal beliebig oft durch den Zügel laufen und jedes Mal wird der Pfad dadurch sozusagen ein bisschen kürzer. Man könnte natürlich auch versuchen, einen kürzesten Pfad zu finden, der keine Zügel enthält. Dann kann auch keine negativen Zügel durchlaufen. Aber gerade für den Fall, dass negative Zügel da sind, kennt man keinen Algorithmus von akzeptabler, also methodischer Komplexität, der das Problem löst, einen kürzesten Pfad zu finden, der keine Zügel enthält. Es gibt schwerwiegende mathematische Indizien, dass es einen solchen Algorithmus überhaupt nicht geben kann. Daher müssen wir uns etwas einfallen lassen bezüglich negativer Zügel. Die Distanz von Start-zu-Zielknoten war die Länge eines kürzesten Pfades. Es kann natürlich auch sein, dass es gar keinen Pfad vom Start-zu-Zielknoten gibt. Formal bilden wir dann also das Minimum über die leere Menge. In der Mathematik hat das Minimum über die leere Menge den Wert unendlich. Und diese Logik übernehmen wir. Das heißt, wenn der Zielknoten nicht vom Start-zu-Zielknoten aus erreichbar ist, dann ist die Distanz unendlich. Basierend auf dieser einfachen Formel ergibt sich also, leere Menge vereinigt mit einer anderen Menge m hat dasselbe Minimum wie die Menge m selbst. Und so muss es ja auch sein. Unendlich ist das neutrale Element der Minimumsbildung. Unendlich lässt sich in Java bei reellen Zahlen direkt ausdrücken durch den formalen Wert Infinity. Ansonsten kann man sich mit einem unmöglich hohen Wert behelfen, etwa den maximal darstellbaren Wert. Zum Beispiel die geografische Distanzen im Navi mit Granularität 100 Meter. Der maximale Wert des Datentyps Int ist sicherlich ein unmöglicher hoher Wert für alle kürzesten Fahrtrouten auf der Erde. Die Eingabe enthält immer eingerichteten Graphen und eine Länge für jede Kante. Darüber hinaus gibt es je nach Problemvariante weitere Eingaben betreffend Start- und oder Zielknoten. Beim Single-Source-Single-Target-Problem sind Start- und Zielknoten gegeben und wir suchen einen kürzesten Pfad von Start zu Ziel. Beim Single-Source-Problem ist nur der Startnoten gegeben und wir suchen jeweils einen kürzesten Pfad vom Startnoten zu jedem Knoten. Übrigens auch vom Startnoten zu sich selbst. Solange es keine negativen Zyklen gibt, ist die Distanz des Startnotens zu sich selbst natürlich null. Schließlich betrachtet man noch häufig das All-Pairs-Problem. Hier sind weder Start- noch Zielfest vorgegeben, sondern es soll von jedem Knoten jeweils ein Pfad zu jedem Knoten berechnet werden. Wir müssen noch sagen, was eigentlich das Ergebnis sein soll. Alle Pfade in einer Reihe auszugeben, ist zumindest beim All-Pairs- und beim Single-Source-Problem etwas aufwendig. Stattdessen soll es zwei Arten von Ergebnissen geben. Nummer eins ist die Distanz. Das heißt, anstelle des kürzesten Pfades selbst soll nur die Länge eines kürzesten Pfades berechnet werden. Nummer zwei ist eine raffinierte Form, die kürzesten Pfade doch explizit zu berechnen. Wir betrachten zuerst das Single-Source-Problem. Und zwar wird für jeden einzelnen Knoten eine in diesem Knoten hinein zeigende Kante berechnet. Das soll die letzte Kante auf einem kürzesten Pfad vom Startnoten zu diesem Knoten sein. Für einen Zielknoten in diesem Bildknoten K kann man dann den kürzesten Pfad rückwärts berechnen. Kante für Kante bis S erreicht ist. Denn die kürzesten Pfade von S nach G sind natürlich identisch mit den Anfangsstücken all derjenigen kürzesten Pfade von S nach K, auf denen G der letzte Knoten vor K ist. Ganz am Anfang des Algorithmus alle Knoten, die von S aus über einzelne Kanten erreichbar sind, haben die jeweilige Kante initial als letzte Kante des kürzesten Pfades. Bei S selbst und bei den Knoten mit unendlichem Distanzwert ist die letzte Kante zunächst einmal leer. Wir müssen die letzte Kante im Verlauf des Algorithmus immer auch aktualisieren. In diesem Bild ist die Kante von J die letzte nach O hinein. Jetzt ist die Kante von N die letzte nach O hinein. Wir sehen, dass die neue letzte Kante nur vom aktuell erledigten Knoten ausgehen kann. Und zwar genau dann, wenn auch der Distanzwert aktualisiert wird. Wir können die Aktualisierung also unmittelbar in die schon bekannte Aktualisierung des Distanzwertes einfügen. Nach Null-Iterationen, also vor der allerersten Iteration, müssen alle Daten initialisiert werden. Das ist der erste Teil des Codes zur Initialisierung. Erst behandeln wir alle Knoten gleich, nämlich auf unerledigt setzen und Distanzwert auf unendlich. Der Startknoten ist eine Ausnahme. Der Startknoten ist von vornherein erledigt und hat natürlich Distanz Null von sich selbst. Das ist der zweite Teil des Codes zur Initialisierung. Jeder Zielknoten einer aus S herausseigenden Kante hat von Anfang an einen Pfad von S zu diesem Knoten, der außer diesem Knoten selbst keine unerledigten Knoten enthält. Dieser Pfad besteht einfach aus dieser Kante. Die Länge des Pfades ist also die Länge dieser Kante. Alle unerledigten Knoten, also alle außer dem Startknoten, werden in die Queue gepackt. Die ID eines Knotens wird in einem Attribut des Knotens gespeichert. Nach der Initialisierung betrachten wir jetzt die Schleife selbst, zum Beispiel hier die vierte Iteration. Als erstes wird der nächste Knoten aus der Queue extrahiert und wird von jetzt an als erledigt betrachtet. Wir betrachten alle aus diesem Knoten herausseigenden Kanten. Was wir damit machen, passt aber nicht mehr auf diese Folie, also weitere Folie. Hier ist zu sehen, was alles mit den herauszeigenden Kanten zu tun ist. Genauer gesagt interessieren wir uns für den Zielknoten jeder Kante. Und auch nur dann, wenn er unerledigt ist. Wir prüfen, ob das Distanzattribut sich durch Erledigung des letzten Knotens verbessern lässt. Falls ja, aktualisieren wir das Distanzattribut entsprechend und müssen natürlich auch den Key des Knotens in der Queue aktualisieren. Erledigte Knoten nennen wir auch grüne Knoten. Unerledigte sind rote Knoten. Zur sprachlichen Vereinfachung reden wir von grünen Pfaden. Ein grüner Pfad ist ein Pfad vom Startknoten zu irgendeinem Knoten X, der außer X nur grüne Knoten enthält. X selbst kann grün oder rot sein. Wir haben die Invariante schon gesehen. In jeder Iteration wird genau ein Knoten erledigt. Es ist von Anfang an erledigt. Die erledigten Knoten haben den realen Distanzwert, den sie am Ende auch haben sollen. Die unerledigten Knoten haben als Distanzwert die Länge eines kürzesten grünen Pfades. Und die unerledigten Knoten bilden die Queue mit ihren Distanzwerten als Keys. Wir müssen nur zeigen, dass die Invariante mit allen ihren Teilen vor der ersten Iteration gilt und dann in jeder Iteration durchgehalten wird. Denn dann folgt aus diesen beiden Teilen der Invariante sofort, dass alle Distanzwerte nach Anzahl Knoten minus 1 vielen Iterationen korrekt sind. Das Pre-Processing haben wir gerade so gestaltet, dass die Invariante vor der ersten Iteration tatsächlich gilt. S ist erledigt, Alle anderen Knoten sind in der Queue. Grüne Pfade können nur aus S plus Zielknoten bestehen, also aus einer einzelnen Kante. Also hat jeder von S direkt erreichbare Knoten die Kanten länger als Distanzwert. Alle anderen haben Distanzwert unendlich. Jetzt der Induktionsschritt. Wir betrachten die vierte Iteration aus dem Eingangsbeispiel, also den Schritt von 3 auf 4. Induktionsvoraussetzung ist, dass alle Teile der Invariante unmittelbar vor der Iteration gelten und wir haben zu zeigen, dass sie dann auch unmittelbar nach der Iteration gelten. Gezeigt ist hier die Situation unmittelbar vor der vierten Iteration. Als nächstes ist Knoten F dran, weil F einer der beiden Knoten mit geringstem Key in der Queue ist und wir haben dann freie Wahl und haben zufällig F gewählt. Jetzt die Situation nach der vierten Iteration. Was erst einmal ganz leicht festzustellen ist, F verlässt die Queue und damit ist ein weiterer Knoten erledigt. Diese beiden Teile der Invariante werden also offensichtlich durchgehalten. Wir betrachten als nächstes diesen Teil der Invariante. Dazu wieder die Situation unmittelbar vor der vierten Iteration. Beachten Sie den Knoten B. Der hat Distanzwert 20, weil jeder Pfad von S nach B außer dem direkten über Kante S, B unerledigte Zwischenknoten enthält und diese Kante hat eben Länge 20. Jetzt wieder das Bild nach der vierten Iteration. Dadurch, dass F grün geworden ist, gibt es jetzt einen weiteren grünen Pfad nach B, nämlich mit letzten Knoten F. Dieser Pfad hat Gesamtlänge 16, das ist kleiner als 20. Diesen neuen Pfad von S über A, C und E nach F brauchten wir uns dafür gar nicht anzusehen. Die Länge 16 bekommen wir einfach aus dem Distanzwert 14 von F plus Länge 2 der Kante von F nach B. Entscheidend für die Beibehaltung der Invariante ist, alle neu entstandenen grünen Pfade nach B gehen über F und F ist auf jedem dieser neu entstandenen Pfade der allerletzte Knoten vor B. Nach Induktionsvoraussetzungen sind unmittelbar vor der vierten Iteration der Distanzwert Delta 3 von B und der von F die Länge eines kürzesten grünen Pfades nach B bzw. F. Die Formel für die Aktualisierung von B innerhalb der dritten Iteration liest sich also wie folgt. Das neue Delta von B ist entweder die Länge eines kürzesten Pfades nur mit Zwischenknoten aus A, C und E oder es ist die Länge eines kürzesten Pfades nach B mit letztem Knoten F und ansonsten nur Zwischenknoten aus A, C und E. Das sind genau die beiden Arten von grünen Pfaden nach B, die es nach der vierten Iteration geben kann. Damit ist die Beibehaltung dieses Teils der Invariante gezeigt. Es fehlt noch der Kernteil der Invariante, aus dem ja, wie gesagt, Korrektheit folgen soll. Wir lösen uns vom Beispiel und betrachten die Sache auf etwas abstraktere Ebene. Sei V der Knoten, der gerade erledigt wird. Hier angedeutet ist der kürzeste grüne Pfad nach V. Wir haben zu zeigen, dass kein nicht grüner Pfad kürzer ist. Wir nehmen uns also einen nicht grünen Pfad her. Dann gibt es einen ersten roten Knoten auf diesem Pfad, wir nennen ihn W. Und hier geht der Pfad irgendwie bis V weiter. Die rot-grüne Farbe dieser Knoten deutet an, dass jeder dieser Knoten entweder rot oder grün sein kann. Der entscheidende Punkt ist, da V minimalen Key in der Q hat, ist der grüne Pfad zur W mindestens so lang, wie der grüne Pfad zur V. Und da es keine negativen Kanten gibt, hat der Pfad von W nach V nicht negative Länge. Die Länge des nicht grünen Gesamtpfades ist also zusammengefasst mindestens so groß, wie die Länge des grünen Pfades direkt nach V. Und damit ist auch der Kernteil der Invarente gezeigt und der Algorithmus ist korrekt. Damit die Invariante von Anfang an erfüllt ist, erhält das Distanzattribut des Startnotens in der Initialisierung den Wert 0. Jeder Knoten, der mit einer einzelnen Kante vom Startnoten aus erreichbar ist, bekommt die Länge dieser Kante als Distanzattributwert. Alle anderen Keys bekommen initialen Wert unendlich. In die Q kommen initial alle Knoten außer dem Startnoten, jeweils mit dem Wert des Distanzattributs als Key. Der Teil der Invariante, dass die Q genau die unerledigten Knoten mit ihren aktuellen Distanzattributwerten enthält, wird offensichtlich durchgehalten. Wir definieren ja gerade, dass ein Knoten in der Iteration erledigt wird, in der er aus der Q entfernt wird. Zu zeigen ist, in dem Moment, wenn wir einen Knoten x aus der Q nehmen, dann ist sein Key seine korrekte Distanz von s aus. Gemäß Induktionsvoraussetzungen ist dieser Key die Länge eines kürzesten grünen Pfades nach x. Wir müssen also nur für einen beliebigen nicht grünen Pfad nach x zeigen, dass er nicht kürzer ist. Sei y der erste unerledigte Knoten auf diesem Pfad, also y ungleich x. Dann ist auch y in diesem Moment in der Q, also der Key von y nicht kleiner als der Key von x. Da es keine negativen Kanten gibt, hat der Restpfad von y nach x nicht negative Länge. Insgesamt ist dieser Pfad also nicht kürzer als der kürzeste grüne Pfad von s nach x. Wir wissen also jetzt, dass der neue erledigte Knoten x korrekten Distanzwert hat. Durch die Erledigung von x können daraus für jeden unerledigten Knoten y potenziell weitere grüne Pfade entstehen. Auf allen diesen Pfaden ist natürlich x der letzte Knoten vor y. Insbesondere muss es eine Kante von x nach y geben, damit bei y in dieser Iteration etwas passieren kann. Genauer gesagt gibt es für y jetzt potenziell zwei Arten von grünen Pfaden. Die, die schon vor der Iteration grün waren und die, die durch die Iteration grün geworden sind. Letztere haben x als letzten Knoten vor y. Der neue Distanzwert von y ist also das Minimum aus dem alten Distanzwert einerseits und dem Distanzwert von x plus Länge der Kante von x nach y andererseits. Asymptotisch dominieren die Zugriffe auf die Q alle anderen Operationen. Jeder Knoten kommt maximal einmal in die Q und wird daher auch maximal einmal aus der Q extrahiert. Die Methode Decre-Ski wird in einer Iteration einmal aufgerufen für jede Kante, die vom aktuell prozessierten Knoten hinaus gezeigt. Da jeder Knoten und somit jede Kante nur einmal prozessiert wird, wird Decre-Ski maximal Anzahl Kanten oft aufgerufen. Insgesamt ergibt sich lineare Aufwand in der Anzahl der Knoten plus in der Anzahl der Kanten multipliziert mit Logarithmus Knotenzahl. Untertitelung aufgrund der Anzahl der Kanten